Moin moin liebe Leute, wenn ihr uns schon länger folgt, dann habt ihr bestimmt mitbekommen, dass wir unseren ZX-870 auf dem Hof haben, um ihm mal eine Auszeit zu gönnen und ihn mal richtig zu verwöhnen. Nachdem er neue Fenster und eine Grundwartung bekommen hat, haben wir Ober- und Unterwagen voneinander getrennt, denn nun lag der eigentliche Grund an, warum er hier ist. Unser Big Boy, wie er hier da hinten steht, hat einen komplett neuen Drehkranz bekommen. Heute war es dann soweit, heute haben wir alles wieder zusammengefügt und nun kann der Bagger wieder loslegen. Nächster Stopp für den großen Bremen. Gute Reise, mein Freund!